Hey Leute, mein Name ist Daniel Abt, ich bin 23 Jahre alt und fahre für das Abcheffel Audi Sport Team in der Formel E. Wir kommen am 21. Mai nach Berlin zum Berlin E-Prix und natürlich hoffen wir, dass wir euch alle vor Ort sehen können. Deswegen geht auf Ticketmaster, holt euch eure Tickets und seid live dabei.